Unternehmensgründer finden heute in Berlin eine lebendige Gründerszene mit dynamischen Netzwerken und einer hervorragenden Hochschullandschaft. Berlin beweist sich in den verschiedensten Wirtschaftszweigen, wie zum Beispiel der Gesundheitswirtschaft, der Energiewirtschaft und der Verkehrssystemtechnik. Diese Technologiebereiche und besonders die Digitalwirtschaft entwickeln sich so zu einem stark wachsenden Wirtschaftsfaktor. Für die Gründung unseres Unternehmens war es natürlich wichtig, eine Startfinanzierung zu bekommen. Bei der IBB hat man uns verstanden. Sie hat uns schnell und unkompliziert eine passende Finanzierung angeboten. Genauso wichtig war es aber auch zu wissen, dass Experten an unserer Seite stehen und uns mit ihrem Know-how unterstützen. Es ist eben so, wenn man sein Unternehmen voranbringen will, muss man die richtigen Entscheidungen treffen. Da hat uns die IBB sehr geholfen. Wir haben zum Beispiel Beratungs- und Coaching-Angebote genutzt. Und das Wissen daraus hat unser Unternehmen richtig nach vorne gebracht. Für Berliner Gründer bieten wir passende Programme an. Von kleinen Startfinanzierungen bis hin zu großvolumigen Projekten. Wir sind die Investitionsbank und wir arbeiten für Berlin.